Die Homa Group führt ihre Besucher auch auf der Ligna 2013 in eine Welt der Innovationen. Die Homa Group hat das Innovationscenter eingeführt, weil wir als Innovationsmarkt für unsere Innovationen nicht unseren Wettbewerb, sondern nur unseren exklusiven Kunden präsentieren wollen. Und das können wir ideal im Innovationscenter machen. Zu sehen sind zum Patent angemeldete Neuheiten, Modellstudien mit neuen Verfahrenstechniken und zukunftsweisende Aggregate-Technologie. Das Innovationscenter hat bei Homa Group eine lange Tradition. Wir haben hier mehr als 20 Exponate ausgestellt, die Innovationen hinsichtlich Qualität, hinsichtlich Flexibilität und Produktivität und auch hinsichtlich Kosteneffizienz präsentieren. Das Innovation Center. Hier ist die Zukunft der Holzbearbeitung. Hier gibt es Innovationen zum Anfassen.